Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Dead Island 2. So Freunde, weiter geht's. Und zwar mit der Mission Prügelei in Bel-Air. Ich glaube, ich soll erstmal rausgehen und den Leuten helfen, aber vielleicht wieder mal noch einen guten. Vielleicht gibt es irgendwas geiles und ich komme nie wieder hin zurück, weil sie von Zombies überrannt werden, das Haus anfängt zu brennen und alles, was ich looten kann, einfach verbrennt. Ja, seht ihr, hier, zack, schön Treppgas, genau, schönes Deo, das Jute. Oh, was ist denn das? Ah, Lama-Milch. Okay, also, das ist so eine Sammler-Bectar-Gas. Ja, Sammler-Stücke. Aufzeichnungen. Ah, guck mal hier. Immer verzweifelt gesucht. Ach, in den Quests gibt's auch Sammler-Bectar-Gas. Okay, Suchmeldungen. Alles klar. Okay, gut. Ähm, beschäftige ich mich quasi später mit. Ich würde gerade dafür vielleicht ein Video machen, wo man alles findet, aber wenn dann nur für die Quests ungebunden, weil ich nicht mal die in den Quests finde, findet man eigentlich alle. Ich glaube, den brauchen wir reinlassen. Wobei ich ja auch so ein bisschen wurde. Aber ich hab mir Glück, Junge. Also, geh mal auf. Steh aus, tot. Aber ich soll den ganzen Hack einsammeln. Ich verteidige das Hause. Also, I'm coming. Das Sprungtritt drückt, ich, um zu springen und dann eine Luft R3. Oh, gut. Nice. Natürlich. Wie ist denn das Tor? Ist sowas offen? Ah, wir brauchen ne fucking Sicherung. Hals, Maul. Bapetig. Warum ist der echt elektrizifiziert hier? So, da liegt was zum Heilen. Also, kann ich... Oh, meine Waffe ist kaputt. Nicht erst mal, äh. Oh, nicht mehr tot. Dick auf. Was? Ich dachte mir gerade so, ja, gut. Du brauchst sie nicht heilen, weil... Nutzer eine zahlungspflichtige Wirkung und was ist. Ah. Ah. Okay, wir machen sie mal ganz anders. Das sind ziemlich die meisten schon. Ach, da ist ein Stromkabel, deswegen. Schwert Spiel. Oh, ich fühl's dann jetzt schon so hart. Bam! Was für ein Hack rum. Ja. So, aber eben noch mehr. So, ich bin gleich wieder mit ihr drum. kein Problem nehmen wir. Ähm. ausreichend ich aus meiner beurte raus zu leitung doch einfach mal so wir müssen wir sind im suchgebiet ich gerade oben am kompass wahrscheinlich irgendwo hier unten die garage das nicht für spuren vorerst nicht vorerst für alle gefahrig sind auch zweitausend medkits hier das ein kanister also wozu ach so dass die sicherung drinnen ja was habe ich da mit dem kanister wenn ich ihn da reinschweiß dann bringt es auch noch mehr oder nicht ach so ein wasserkanister das wusste ich ja das war das vor zuschauen aber ich habe sie um richtig ach komm doch hör mal komm doch siehste weil ich auch nicht kenn du genau so Sunnyball ja dann was fuck ich hab nicht gesagt du mach doch mal das vor zu juhu und zack 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 ach das vorerst gefällt mir irgendwie nicht freunde das gefällt mir irgendwie nicht das gefällt mir irgendwie nicht ach du wolltest mich umbringen wo ist meine machete ach jetzt habe ich mich jetzt hören ok wo bist du Carlos wo und du bist Elizabeth hallo Elizabeth Miss Swan wo ist noch der Luciana 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 wie auch immer ähm wir sind nach unten habe ich gehört dass da Emma ist I guess die verstecken sich hier unten boh ja gar kein Problem oh das ist beyond insane I mean I don't know how to do this I'm not so happy to die here we still have with me Emma I fantastic no no what I mean to say is you're not dying not with me around now since the health of our possibly undead friend here is not undead we can't verify that ok since your health is a question we need to lead um person here a lead protector and Emma I will be your protector Mal gucken, wie lange. Ich hätte das was vor auf Tasche liest. Wesentlich besser. Ach, wir wollen werfen. Das ist doch Sam. Der Typ nervt ein bisschen. Ach, er hat nicht mal getroffen. Oh, wow. Oh, wow. Das Zambi hat schon mal getroffen. Alles hat sich geschenkt. Aber ich habe gewohnt. Du willst wissen, wie? Ich bin ein Mut. Großartig. So sind sie. Ich? Das Möderfucka? Das Möderfucka. Also, du bist nicht speziell und wir machen gut. Danke. Ich bin ein Mut. Du hast mich noch nicht mehr. Ich habe mehr Zambi und du hast dich. Also, was genau dein Plan für uns rauskommt? Ja, ich bin einfach niemanden interessiert. Ist er eigentlich auch so ein mächtiger und berühmter Rapper gewesen? Hey, das ist ein Trophäe. Willkommen in L.A. Nice. So, neuer Überlebenschlot. So, rufe die Kavalerie-Freunde. Damit schalten wir dann auch den Korbmoos-Frei-Rucksack-Fähigkeiten. Oh, was ist denn das? Was ist der Sprung drin? Aber das hier oben sind die Fähigkeiten, die man wahrscheinlich so frei spielt, die jeder hat. So, da kann man das hier... Ja, ich bin nichts anderes. Also nehmen wir das erstmal. So, bitte, Sam, um einen Rat. Dann möchte ich das denn. Ich würde gern hier durch, Digga. Ich würde gern den Hacker-Clone. Ich möchte das doch... Oh, okay. Du hältst mich nicht von meinem Hack ab. Oh, guckst du blöd, oder? Gar kein Problem für mich. Ich bin Profi. Ich bin Sportler und Dieb gleichzeitig. So, dann gehen wir mal zu Sam, wa? Ich habe unter... Jetzt habe ich auch mal die, ähm... Wie heißt der denn? Oh, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Die Spezialistin für Rise of the Good Spider. Aha. 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 Er sieht aus wie ein schlechter John Rick. Sie scheint der Star zu sein und der Film scheint einfach schlecht zu sein. Also einfach wirklich so richtig schön Tele 5 Trash Horror Film. So ein Ding ist das nämlich. Das heißt... noch weiter runter die karte muss meine karte tatsache noch nicht entdeckt was das sicherungskasten lager stimmt okay da war tatsächlich eine werkbank ich das ist hinterm haus muss ich halt noch mal rausgucken vielleicht gibt es was cooles ich weiß nämlich nicht was die fragezeichen sind freunde vielleicht ist das auch welche ich weiß nicht die autoritäts und talen schiur du war gett i said was got six months of food in the basement we can wait it out six months i need out now national trials for the paralympic team or next week i have to be there you're immune Es ist mein Argument, oder? Sie ist grün, jetzt 88 fucking Schaden. Hat mich das jetzt Geld gekostet? Achso. Ich weiß nicht, was meine Taschen schon voll sind, aber gut. Hallo? Okay, das ist irgendwie falsch, wenn der das sagt. So, nutze die Darkbank, um deine Waffen zu reparieren und mit verheerenden Effekten und Boni auszurüsten. Na klar. Nur ungewöhnlich seltene oder exquisite Waffen können optimiert werden. Was? Ungewöhnlich, okay. Waffe optimieren. Ah, der Quatsch, mich ja nicht voll. Einen Strom-Mod safe nehmen wir. Boom. Ist immer gut. So, was ist das hier? Vorteile. Teile sammeln. Da klingt er sich so besonders, aber machen wir. Und das andere ist gesperrt. Wer wird die Kraft? Okay. Scheiß kann ja alles weg, das ist alles Müllfreude. So. Ich würde sagen, die schnellen Upgrills stücken wir da. Ich würde sagen, hm. Ich will die Hammer eigentlich auch nicht behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, einfach weg, zack. So. Ähm. Herstellen. Ich habe auch keine Blaupausen. Nice. So. Rucksack. Ich würde gerne, kann ich das hier nicht irgendwie so... So. Das daneben. Ich hätte etwas später daneben machen sollen. So. Sam würde ich tatsächlich gerne reparieren. Oh. Thanks Sam. Thanks Sam. Danke. Oh. 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 Okay. Er sieht so, wie du aussiehst. Ach, er ist ein fucking Händler. Oh. So. Stärke 74. Müll. Müll. Müll ab Stufe 5 erst stattfindet. Ach. Ein Bauplan. Hermed, Digga. Handel besiegt. Versicherung. Okay. Von uns kosten. Dann der ganze Hack zum Herstellen von Sachen. Schießproblem habe ich null. Wie viele Kohle habe ich? Wo sehe ich mein Geld? Warte, warum? 1.210. Schießprobleme vielleicht interessant, ne? Oh. 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 Ich kann die Waffen hier verkaufen. Oh nein. Ich habe es einfach zerstört. Pisse. Danke. Quatsch mir nicht vorher. Ich mag dich nicht. Was soll ich denn mit dem hier? Hol dir einen Fleischbürger. Ja wo ist denn der... Achtung. Thanks. This will help. Hm. Ähm. Rucksack. Wurfgeschosse. Fleischbürger. Gremium. I need to talk to Emma. Emma. Wo finden wir Emma? Die steht doch hier irgendwo rum. Oben. Emma. Emma. Emma ist im Schlafzimmer. Emma kennt doch mehr. Das lag hier einfach so. Das lag offen rum und ist mir in die Tasche gefallen. Ich habe das nicht geklaut. Oh. Emma ist okay. Ein Sammlerstück. Nice. Rede mit Emma. Und hilf ihnen. Erstmal die Bude ausräumen. Kenne ich ja nichts. So. Wir haben alles. Ist das hier offen? Ich will es gerade eintreten, aber es geht ja gerade leider nicht. So ein Bogen. So ein richtiger Jagdbogen wäre jetzt geil. Den Typen da drüben einfach voll in den Kopf schießen. So ein Bogen, so ein richtiger Jagdbogen wäre jetzt geil. Die Straßen sind alle blockiert. Ich habe Videos von Fahrzeugen geflogen. Ich habe ja vielleicht eine Fahrzeugen geflogen. Ich würde es gerne auf einen Schlafzimmer nehmen. Es gibt keine Fahrzeuge. Es gibt Millionen von diesen Sachen. Es ist nur noch nicht, die sich in die Augen zu schießen. Wir haben die Kräfte in die Augen zu schießen. Das ist es, wir brauchen einen Helikopter, um rauszukommen. Und alle, die einen hat, haben sie es schon schlafen. Das ist ein Herausforderer. Okay. Okay, okay. Hey. Bitch, wir sind keine Freunde. Hm. Das Haus ist verschlossen, aber Michael kann nicht zu hinterher... Michael kann nicht... Ich muss hier mal kurz... Ähm... Ich kann es halt tatsächlich nicht auf Deutsch stellen. Stream mal raus, gell? Machen wir vielleicht mal rein wegen, ähm... Musik und so. Äh, genau. Die Uhr überrechtliche Musik. Ist ja bei YouTube auch mal ein bisschen, ähm... Grenzwertig, ne, Freunde? So, Michael. Michael! Er hat schön irgendwo sein Netz hier. Hey, Michael. Ich gehe zum Halpern Hotel, um die Armee zu kontaktieren. Ja, ja, gut. Das ist genau das, was ich wollte dir sagen. Alles Teil meiner Überlebensplanung. Äh, äh, du brauchst die Schlüssel, um hier rauszukommen. Nur erzähl ihnen, Emma Jaunt und ihre Staffe müssen sofort sofort evakuiert werden. Okay? Äh, ja, erzähl ihnen. Na ja, quatsch mich hier nicht wohl. Huh. Was? Schlachtgemeinschaft. Ah. Du hast den Kurvenbus freigeschaltet. Tu dich mit Freunden oder anderen Überlebenden zusammen. Dann könnt ihr LL gemeinsam erkunden. Nice. So, Freunde. Und an dieser Stelle würde ich sagen, war es doch gleich wieder für dieses Video. Weil... Dann geht es nämlich um die Flasche. im Kurvenmodus weiter. Ähm... Ja, beim Kurvenmodus macht alles gleich viel mehr Spaß. Fetter Wollpool. Alter, hab ich richtig Bock irgendwie auf... Äh, oh mein Gott. Ähm... Auf, auf, auf. Ich hab aber ne Dusche, Alter. Dolle. Hab ich richtig Bock auf Baden und Wollpool und so. War das jetzt das Fragezeichen, was wir gesehen hatten? Nein, das ist da oben irgendwo. Ich will nur noch mal kurz zum Frauzeichen gucken, dann beende ich das Ganze hier. Und... Naja, zu zweit. Äh... Ist halt alles cooler, lustiger, macht mir Bock, ne? Äh... Ja. Besitzig. Besitzig. Aber ja, jetzt gucken wir nochmal rum und drinnen hier mit meinem... Ich will die noch hinterher haben. Oh, ja, Baby. Oh. Ja. Was ist das? Also... Oh, sorry. Ähm... Okay, hier müsste dieses Fragezeichen sein. Was wollte ich von da gelaufen? Fuck. Also, falls das hier ist, nicht dass das irgendwie drinnen ist. Ja. Das ist... Blablabla. Blablabla. 78. Ist das doch hier irgendwo, oder nicht? Hä? Die dich löst? Das muss auch hier sein, oder nicht? Was ist denn das, Alter? Was ist das, Frauzeichen 2? Ist das auch wo tatsächlich unten drinnen? Also... Ja, gut. Dann ist es halt so, ne? Dann bleibt es erstmal da. Oder wollen wir nochmal schnell reingehen? Ich gehe nochmal rein und gucke. Habe ja keinen Bock hat. Kann jetzt schon ausmachen, weil viel passiert hier nicht mehr. Oh. Beim nächsten Mal geht es nochmal weiter mit... Ähm... Ne. Abfahrt. Gut. Lass mal das. So. Du kannst hier sitzen, Junge. Hier schön liegen und guckst dir an deinem Frauchen nach. Beim Duschen zu. Hier. Du müsstest immer. Ja. Keine Ahnung, wie ich an die Frauzeichen reinkomme. Vielleicht kommen wir nochmal später hierher. Ich weiß es nicht. Aber, Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.